16 Sportgeräte im Gesamtwert von knapp 120.000 Euro für die Stadt Lübs. Diese Herausforderung hat sich der Lübser Sportverein e.V. gestellt. Gemeinsam bilden die Geräte einen Bewegungsparcours, der auf einem Sportplatz in der Stadt schon in diesem Jahr aufgestellt werden soll. Starke Partner sind gefragt. Einer davon ist die Sparkasse Parchim Lübs. 2017 hat das Finanzinstitut 2.500 Euro vom Verkauf des Sparkassenkalenders als extra vorgesehene Fördersumme für Vereine und Verbände erwirtschaftet. 500 Euro liegt die Sparkasse noch obendrauf. Gemeinsam mit vielen anderen Förderern aus der Region kann das stolze Projekt demnächst auf die Beine gestellt werden. Wir sehen ja heute, wie viel wir rumsitzen, dass das Sitzen das absolute große Problem ist. Wer bewegt sich heute noch? Und dieses Angebot zu schaffen, dass man sich bewegen kann, um seinem Bewegungsapparat wieder die Möglichkeit zu geben, sich zu erholen und lang und alternd damit auch fertig zu werden und gesund das Lebensalter zu erreichen, das finde ich als ausgesprochen wichtige Situation. Wir betreiben ja ein sehr aktives Gesundheitsmanagement im Haus, machen das regelmäßig, auch in Verbindung mit Krankenkassen, auch mit Sportvereinen. Auch hier in Parchim beispielsweise und der Bewegungsparcours in Lübs ist da mit Sicherheit eine weitere gute Gelegenheit. Am 11. Januar wurde auch der neue Sparkasse-Kalender präsentiert. Mit der Auflage von rund 4000 Exemplaren kommt je 1 Euro pro verkauften Kalender einem Projekt aus der Region zugute.